Wir sind da auf einem guten Stand, einer guten Entwicklung und ich möchte jetzt keinen besonderen Hinweis geben, aber der Jogi wird morgen dann auf seiner Pressekonferenz, wo er da sein wird, etwas dazu sagen. Ist ja auch die wichtigste Personalie für den Trainer, der ganz eng mit ihm zusammenarbeitet. Aber es wird jetzt in den Tagen, wird kein Co-Trainer bei uns sein, auch jetzt nicht morgen nachreisen. Und das wird halt Andi Köpke zusammen mit Chad Forsyth und Benni Kugel das Training leiten.